Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Jake's Current Rotation. Mittlerweile ist das schon die dritte Episode, also glaube ich muss ich nicht mehr so viel erklären. Im Endeffekt ist es einfach eine Spotify Playlist, die ich euch zur Verfügung stelle. Die volle Playlist wird unten in der Beschreibung zu finden sein. Ansonsten würde ich gleich sagen, wir legen los mit Billie Eilish. Billie Eilish hat vor kurzem ein neues Album released und ich versuche seit Wochen dem einen direkten Score zu geben, aber ich schaff's nicht. Eigentlich sollte da schon längst eine Album Review draußen sein und ich hoffe ich krieg's auch eines Tages hin. Nur das Ding ist, ich kann mich nicht entscheiden, welche Zahl dieses Album tatsächlich so bekommen könnte. Das wechselt wirklich durchgehend von Tag zu Tag. Jedenfalls kann ich euch aber definitiv schon meinen Lieblingssong zeigen. Ihre Stimme ist so fucking smooth, ich kann manchmal das nicht ganz wahrhaben. Wem man hier aber definitiv auch ein Lob aussprechen muss, ist der Bruder Phineas. Phineas kümmert sich nämlich um ca. 99,9% der ganzen Producing Aspekte. Jetzt kommt mein Lieblingspart, jetzt kommt mein Lieblingspart. Nice. Die Produktion klingt so fucking clean, das ist so krass. Selbstverständlich ist dieser Song dabei, what the fuck, man. Die Produktion klingt so krass. Große Shoutout wieder mal an den fucking Producer Dan Faber. Nice. Nice. Diesmal wird auf dem Cover der AG Club sein. Ich finde das Projekt, das die Jungs hier veranstalten, ziemlich klasse. Es ist zwar wie all die anderen Kollektive an sich daraus, wie Brockhampton, Odd Future, A$AP Mob, aber ich finde die Herangehensweise weitaus interessanter in dem Aspekt, dass das Talent hier so ersichtlich ist. Eigentlich haben die Jungs wirklich eine Bühne-Frei-Episode verdient, vielleicht kommt das auch bald. Ich denke immer ein bisschen im Voraus, weil ich weiß, im Januar und im Februar nächsten Jahres wird nichts droppen, wird nichts passieren. Was heißt, ich muss mir Content aus dem Arsch ziehen und es kann sein, dass dann sehr viel Bühne freikommt, sehr viel Make-It-Stop. Mal gucken, was passiert, ich weiß es ja eben auch nicht. Aber um auf den AG Club zurückzukommen, wir haben hier den Song Popeye. Das ist sogar ein Kollabor-Song mit einer anderen Truppe namens Peachtree Rascals. Der Song ist einfach voller Charisma. Ey, das Instrumentalist war auch so heftig. Das Instrumentalist war auch so heftig. Oh mein Gott. Nice. Gleich schon harder. Brent Fyres ist einfach so ein geiler Motherfucker. Wow. Wundervoll. Ich nutze einfach nochmal die Möglichkeit, um zu sagen, es gibt eine Bühne-frei-Episode über diesen Mann. Ich kann es nur so sehr empfehlen. Ich finde Mustafa einfach wirklich einzigartig. Der Song ist zwar ewig alt, aber ich kann mich nicht satt hören. Ich gucke mich und sagte, oh, 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 oh. Du hast mich burnen, oh, 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 oh. So tell me, am I crazy? Das war's wieder für heute. Die volle Playlist ist entweder auf Spotify zu finden oder in der Beschreibung. Ansonsten hoffe ich, dass euch die Playlist gefällt. Mir bleibt nichts anderes mehr übrig, als euch einen schönen Tag zu wünschen. Bleibt gesund und ciao.